Die Gärtnerei Zellarius in Pösneck gibt es seit 1870, also 150 Jahre. 2019 wurde sie in Patrick Stenzel verkauft, der die Gärtnerei aber in seinem Sinne weiterführt und damit seinen Geschäftsbetrieb vom Garten- und Landschaftsbau vergrößert. Am 2.3.2020 war die neue Eröffnung, allerdings unter sehr schweren Bedingungen, denn die Corona-Krise verschonte kaum ein Unternehmen. Auf einer Verkaufsfläche von 1000 Quadratmetern gibt es alles aus dem Bereich der Floristik, Beet- und Balkonpflanzen, Jungpflanzen und Sämerei sowie Trauerfloristik. Die Gärtnerei hat von Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr und Samstag von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Mit viel Liebe fürs Detail und Engagement für die Floristik ist hier eine neue grüne Oase entstanden, die auch nach der Corona-Krise weiter erblühen wird. Vielen Dank.